Ja das sehen wir wieder dieses Mal wieder bei Drakensan Online Tagle leckere Login Bonus War egal, cool So, annehmen Äh, jetzt haben wir nach so nem komischen Trank bekommen und so ne Ach cool, jetzt haben wir zwei von diesen Verwerten, Trinken Ähm Was war denn gerade unsere Aufgabe? Keine Ahnung Auf jeden Fall können wir jetzt mal ein bisschen trainieren Und dann gehen wir, ja Bei King Seal machen wir dann Questos kann ich auch noch sagen Na hübsch 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 Das wäre doch cool Was ist das? 7 Mal Inventar Erweiterung 1 Nein Das wollte ich nicht Nein Grüße So 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 Na super, jetzt höch noch mehr Wie lange sch... Wie lange sch... Ach schon aufnehme Hallo Fenster schließen Fenster schließen Hallo Ach, da, das ist okay Ah, das ist okay Gott anklicken Und jetzt wieder so Jetzt wieder so Ja, jetzt ist er wieder gut мел街 Okay 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 OK Stirb, du Hure God Tod stirb Schuss. Er sagte, ich nehme einen Spurflintenschuss. Aber das, ich glaube, er richtig heißt ja Streuschuss. Oder so, irgendwie. Ihr habt, du. Wieso kann ich dich nicht treffen? Geht doch. Schade habe ich dich nicht töten gelassen. Edergürtel, sagt Freigürtel. Gar kein cool. Edergürtel. Ja, jetzt habe ich noch ein Gürtel. So. Gehen wir mal weiter rennen. Beziehungsweise auch kämpfen. Und rumlecken. Ja. Cooler Zettelmark, ja. Tot. Ha. Ich habe ihn getötet, ja nicht. Die fünf Vatermarken. Mir hat das Kopf auch. Und das schon tut. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich gesagt, dass wir mindestens auf Stufe 8 trainieren, bevor wir nach King's Hill reichen. Und ja, für die, die es nicht wissen, das Projekt Let's Play Epiqua 5 wird ein bisschen abgebrochen, weil es bei mir nicht speichert. Also es nicht gespeichert hat. Also müsste man es insgesamt an einem Tag ganz durchspielen. Und für das hatte ich keine Lust. Dann, und ich wusste das nicht, dass es nicht speichert. Und dann, es hat noch gespeichert. Was für ein geiles Wunder. Und dann, es hat noch gespeichert. Stirb. 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 Und stirb. Und boom. Fünf Vatermarken. Boah, Mann. Wieso leckt ich zu? Ich habe doch keine Bambusleitung. Und boom. Und boom. Fünf Vatermarken. Boah, Mann. Wieso leckt ich zu? Ich habe doch keine Bambusleitung. So. Der Epi-Balken fehlt sich ja langsam aber sicher. Und ja, rennen wir mal weiter rum. Warte, wie Stichert 99. Stichert 99. Spieler in die Gruppe einladen. So. Mal gucken, ob er kommt. Wieso, sich sieht nicht. Nein. Nein. So. Nein. Ich drücke immer auf die falsche Taste. Boah, Stichert wird verfolgt. Lass Stichert in Ruhe. Ja, Huren. Keine Ahnung, wieso, dass ich alles als Huren bezeichne. Stirb. Du Moorast. Stichert. Kannst. Du Deutsch. Kannst. Du Deutsch. Ah, ich drücke die ganze Zeit auf die normalen, also die kleinen Heiltränke. Vollidiot. Und, oh man, tut. Tut. Zu. Weiter geht's. Oh, zwölf Kupfer, cool. Du scheiß Mord hast. Stopf bist du. Hab bist du. Und ja, was gibt es hierzu schon viel zu sagen, außer dass wir jetzt erzählungsweise schon gleich 8 Minuten aufnehmen. Und ja, ich finde das irgendwie ein bisschen doof, dass ich bei Bandicam nur die Demo-Version habe und nur mindestens 10 Minuten aufnehmen kann und dann die Aufnahme automatisch abbricht. Ja, super. Ein Siegelring, können wir den schon? Und wir, ja, wir haben ein Siegelring, cool. Was sind das? Und Zeichen. Okay. Oh, du kommst hier. Ja, kommt ja her, ja, 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 wichser. Werk ist da weiter weit und nein, Kupfer. Ja, der... Und ja, mit diesem Anblick beendet ich mal die Aufnahme. Okay, wir töten den noch kurz. Und tut bist du. Oder? Ja, tut. Und ja, mit diesem Anblick mit deinem, ja, jetzt verschwundenen Moist hier hinten mit deinem Stein und vielen schwachen Sphäre der Heilung. Beende ich mal die Aufnahme und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Mann. Verpiss dich. Also, ich... Ich will jetzt noch das, das und euch töten. Stirb. Stirb, stirb. Also ja, ich beende mal die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal.